Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Crash als Chance, Geld das grösste Tabu, wer inszeniert das Ganze, wer steckt dahinter, wer profitiert vom Crash, das sind einige Fragen und ich denke und ich fühle, dass Herr Markus Rüeg auch auf diese Fragen uns Antworten geben kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit für Markus Rüeg. Applaus Jetzt mit der Hand muss man Hochwitschulieren. Okay, gut. Ja, freut mich, dass ich Ihnen da meine Multimedia Show zeigen kann. Sie ist noch nicht so perfekt, aber es gibt einiges. Es ist das grösste Tabu. Geld ist ein Thema, das speziell in der Schweiz eigentlich nur unter der Hand besprochen wird, behandelt wird. Und wir kommen natürlich nicht durch die ganze Palette von all den Themen. Das ist dann nur am Workshop möglich, wo man mehr Zeit hat. Aber ich werde versuchen, ein paar Flashlights zu bringen, ein paar Hintergrundinformationen, die man normalerweise nicht hört oder nicht liest. In den Medien. Anfangen möchte ich mit einem Filmausschnitt. Und zwar habe ich gehört, der Film, aus dem ich den Ausschnitt nehme, ist im Moment an erster Stelle in der Rangliste von Google. Also Sie wissen ja vielleicht, man kann heute ganz viele Filme einfach so übers Internet anschauen. Und der Film heisst Zeitgeist. Das ist ein amerikanischer Film mit einer deutschen Tonspur. Der ist jetzt an erster Stelle in der Google-Rangliste. Und in diesem Film gibt es eine Sequenz oder ein Drittel des Filmes dreht sich um das Thema Geld und Finanzen, Finanzsystem. Und da nehme ich einen Ausschnitt draus, weil dort die Hintergründe von unserem Finanzsystem, in dem wir leben, sehr gut aufgezeigt werden. Wie das Ganze entstanden ist, wie das Ganze kreiert wurde. Und ich werde dann nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich finde den Film grundsätzlich gut bezüglich Analyse und Kritik. Aber bezüglich Lösungsvorschlägen gibt es praktisch nichts. Und das ist eigentlich etwas, was ich überall beobachte. Lösungsvorschläge sind sehr rar. Und gerade bei diesem Thema sind sie noch rarer. Und ich möchte den Schwerpunkt meines Referats auf diesen Punkt Lösungsvorschläge setzen. Aber zuerst jetzt auch etwas zum Status Quo, diesen Firmenausschnitt. Nur noch mehr Schulden produziert. Es beginnt mit dem prominentesten Verschwörungstheoretiker, den es jemals gegeben hat. Meine Damen und Herren, bereits das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft geradezu abstoßend. Und aus historischer Sicht ist uns als Volk die Ablehnung gegenüber Geheimgesellschaften, geheimen Schwüren und geheimen Handlungen bereits angeboren. Denn wir sehen uns weltweit einer gigantischen und rücksichtslosen Verschwörung gegenüber, die zu verdeckten Operationen greift, um ihren Einfluss zu erweitern. Zu Infiltration statt Invasion. Zu Umstürzen statt Wahlen. Zu Einschüchterung statt freier Wahl. Es ist ein System, das riesige menschliche und materielle Ressourcen verwendet hat, um damit eine zusammenhängende, hocheffiziente Maschinerie aufzubauen, welche militärische, diplomatische, geheimdienstliche, ökonomische, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. Die Vorbereitungen dazu werden verheimlicht, nicht veröffentlicht. Die Fehler verschwiegen, anstatt groß darüber zu berichten. Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, anstatt sie zu rühmen. Dazu verwendete Ausgaben werden nicht hinterfragt, kein Geheimnis wird gelüftet. Deshalb hatte der griechische Gesetzgeber Sola verordnet, dass es ein Verbrechen ist, wenn Bürger vor harten Diskussionen zurückschrecken. Ich bitte Sie um Hilfe, für die gewaltige Aufgabe, die amerikanische Bevölkerung zu informieren und zu alarmieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass mit Ihrer Hilfe der Mensch endlich das wird, wozu er geboren ist. Ich bin frei und unabhängig. Ich bin frei und unabhängig. In 1775 begann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, in welchem die amerikanische Bevölkerung versuchte, sich von England und dessen unterdrückende Monarchie zu trennen. Obwohl viele Gründe für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg angegeben werden, sticht einer ganz besonders hervor. König George III. von England ließ die zinsfreie, unabhängige Währung der Kolonien, die die Kolonien selbst erstellten, verbieten. Er zwang sie dazu, das Geld von der englischen Zentralbank zu leihen, gegen Zinszahlungen, was die Kolonien direkt in die Verschuldung führte. Und wie Benjamin Franklin später schrieb, Die Verweigerung des Königs George III., den Kolonien zu erlauben, ein ehrliches Geldsystem zu verwenden, welches den gewöhnlichen Menschen aus den Klauen der Geldmanipulatoren befreit hätte, war wahrscheinlich der Hauptgrund für die Revolution. 1783 wurde Amerika von England unabhängig. Allerdings hatte der Kampf gegen das Zentralbankkonzept und die korrupten, gierigen Männer, die daran verwickelt sind, gerade erst begonnen. Was ist eine Zentralbank überhaupt? Eine Zentralbank ist die Einrichtung, die die Währung einer ganzen Nation produziert. Nach historischem Vorbild verfügt eine Zentralbank über zwei Hauptbefugnisse. Das Festlegen der Zinssätze und die Kontrolle über die Geldmenge und damit der Inflation. Ein Zentralbanksystem versorgt eine Gesellschaft nicht einfach mit Geld, es verleiht das Geld gegen Zinsen. Dann, durch das Erhöhen und Verringern der Geldmenge, reguliert die Zentralbank den Wert der herausgegebenen Währung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die gesamte Struktur dieses Systems langfristig nur eins produzieren kann. Schulden. Man muss kein Genie sein, um diesen Betrug zu verstehen. Denn jeder durch die Zentralbank produzierte Dollar wird gegen Zinsen verliehen. Das bedeutet, dass jeder produzierte Dollar eigentlich der Dollar plus ein bestimmter Betrag an Zinsen ist. Und da die Zentralbank das Monopol für Geldherstellung im gesamten Land hat und sie verleihen jeden Dollar in Form eines Kredits, wo kommt dann das Geld her, um die Zinsen zu bezahlen? Das kann nur wieder von der Zentralbank kommen. Das bedeutet, dass die Zentralbank ständig mehr Geld schaffen muss, um damit vorübergehend die Schulden zu bezahlen. Wie es im Umkehrschluss wieder, da auch das neue Geld nur gegen Zinsen verliehen wird, nur noch mehr Schulden produziert. Das Endresultat dieses Systems ohne einen Zusammenbruch ist Sklaverei. Denn es ist für die Regierung und damit für die gesamte Gesellschaft unmöglich, aus dieser automatischen Verschuldung zu entkommen. Die Gründungsväter der USA waren sich dessen voll bewusst. Die Gründungsväter der USA waren sich dessen vollständig. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die USA bereits einige Zentralbank und die Zentralbanksysteme, die von rücksichtslosen Bankiers unter betrügerischen Umständen erschaffen worden waren, bereits wieder abgeschafft. Zu dieser Zeit waren herrschende Familien der Geschäftswelt die Rockefellers, die Morgans, die Warburgs, die Rothschilds. Und im frühen 20. Jahrhundert versuchten sie es ein weiteres Mal, Gesetze durchzubekommen, die die Schaffung einer Zentralbank ermübchen würden. Aber sie wussten, dass die Regierung und die Öffentlichkeit solche Institutionen überdrüssig waren, seit sie einen Zwischenfall inszenieren mussten, und damit die öffentliche Meinung beeinflussen zu können. Deshalb verbreitete J.P. Morgan, der damals als Bank-Koryphäe galt, Gerüchte über die Insolvenz oder den Bankrott einer russischen New Yorker Bank. Morgan wusste, dass dies eine Massenpanik auslösen würde, die dann auch andere Banken betreffen würde. Und das tat es wirklich. Die Bevölkerung versuchte sofort, durch massive Geldabhebungen, ihr Vermögen zu retten, was die Banken dazu zwang, ihre Kredite zu kündigen und so die Schuldner ihren Besitz verkaufen mussten. Was so zu einer Spirale von Bankrotten, Besitz, Umverteilung und Turbulenzen führte. Ein paar Jahre später schrieb Frederick Allen vom Life Magazine, nachdem er die Sache verstanden hatte, Morgan-Interessen nutzten es aus, sie führten die Panik herbei und lenkten sie geschickt, während sie ihren Lauf nahm. Obwohl man sich dieses Schwindels nicht bewusst war, führte die Panik zu einer Untersuchung im Kongress, die von Senator Nelson Aldrich geleitet wurde, welcher enge Verbindungen zu den Bankenkartellen hatte und später durch Heirat sogar ein Teil der Rockefeller-Familie wurde. Die von Aldrich geführte Kommission schlug vor, dass eine Zentralbank eingeführt werden sollte, damit eine Panik wie 1907 nie wieder passieren könne. Das war die Initialzündung für die internationalen Bankiers, die so hervorhabend starten konnten. 1910 wurde ein geheimes Treffen auf einem Landgut J.P. Morbens auf Jekyll Island vor der Küste Georgias abgehalten. Dort wurde der Zentralbank-Gesetzesentwurf, genannt Federal Reserve Act, geschrieben. Dieses Gesetz wurde von Bankiers geschrieben, nicht von Gesetzgebern. Dieses Treffen wurde so sehr geheim und so gründlich von Regierung und Öffentlichkeit ferngehalten, dass die etwa zehn Teilnehmer sich Decknahmen gaben, als sie sich auf der Reise zur Insel befanden. Nachdem der Gesetzesentwurf fertig war, wurde er ihrem politischen Frontmann Nelson Aldrich übergeben, damit dieser ihn durch den Kongress drückt. Unter politischer Schirmherrschaft der Bankiers wurde Woodrow Wilson 1913 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Austausch für die Unterstützung seiner Präsidentschaftskampagne hatte er bereits vorab den Federal Reserve Act unterschrieben. Und zwei Tage vor Weihnachten, als die meisten Kongressabgeordneten schon zu Hause bei ihren Familien waren, wurde der Federal Reserve Act verabschiedet und Wilson machte ihn zu geltendem Recht. Er schrieb später voller Bedauern. Der Kongressabgeordnete Lewis McFadden sprach nach der Verabschiedung des Gesetzes ebenfalls die Wahrheit aus. Hier wurde ein Weltbankensystem erschaffen, ein durch internationale Bankiers kontrollierter Superstaat. Sie arbeiten zusammen, um die Welt nach ihrem Belieben zu versklaven. Die FED hat sich widerrechtlich der Regierung bemächtigt. In der Öffentlichkeit war gesagt worden, dass das Federal Reserve System ein ökonomischer Stabilisator sei und dass sowohl Inflation als auch ökonomische Krisen der Vergangenheit angehören würden. Wie die Geschichte gezeigt hat, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Vielmehr hatten die internationalen Bankiers bis jetzt eine hochmoderne Maschine zur Verfügung, um ihre Ziele zu erreichen. Von 1914 bis 1919 beispielsweise erhöhte die FED die Geldmenge um fast 100%, was zu umfangreichen Krediten an kleinere Banken und die Öffentlichkeit führte, um dann 1920 die Geldmenge wieder massiv zu reduzieren. Dabei mussten die Banken riesige Mengen an Krediten kündigen, was letztlich genau wie 1907 zu Bankruns, Pleiten und einen Wirtschaftsklaps führte. Mehr als 5400 konkurrierende Banken außerhalb des Federal Reserve Systems brachen zusammen, was die Konsolidierung der Gruppe internationaler Bankiers weiter vorantrieb. Sich dieses Verbrechens bewusst stand der Kongressabgeordnete Lindbergh auf und sagte im Jahr 1921, durch den Federal Reserve Act kann eine Panik künstlich erzeugt werden. Die aktuelle Panik ist die erste künstlich herbeigeführte, und zwar nach Berechnung einer mathematischen Gleichung. Allerdings war die Panik von 1920 nur ein Aufwärmen. Von 1921 bis 1929 erhöhte die Fed die Geldmenge wieder, was erneut zu umfangreichen Krediten an Banken und Öffentlichkeit führte. Eine damals ziemlich neue Art von Kredit am Aktienmarkt hieß Margin Loan. Einfach ausgedrückt erlaubte es der Margin Loan einem Investor eine Aktie mit nur 10% ihres aktuellen Preises zu kaufen. Die anderen 90% waren ein Kredit des Brokers. In anderen Worten konnte man Aktien im Wert von 1000 Dollar besitzen, wobei nur 100 Dollar dafür bezahlt wurden. Diese Art von Aktienkauf war sehr beliebt in den goldenen 20ern, denn es schien, als könnte man nur Geld verdienen am Aktienmarkt. Allerdings hat diese Art von Kredit einen Haken, er konnte jederzeit gekündigt werden und innerhalb von 24 Stunden musste die komplette Summe bezahlt werden. Man nennt das Margin Call, und das typische Resultat eines Margin Calls ist das Verkaufen der Aktie, die mit dem Margin Loan gekauft wurde. Einige Monate vor dem Oktober des Jahres 1929 verließen J.D. Rockefeller, Benar Baruch und andere Insider still und leise den Aktienmarkt. Und am 24. Oktober 1929 begann die New York Financiers, die die Ausgabe der Margin Loans zuvor angeheizt hatten, genau diese massenweise zu kündigen. Dies führte sofort zu massiven Aktienabverkäufen, weil alle ihre Margin Loans decken mussten. Aus demselben Grund wurden dann Bankruns ausgelöst, was letztlich zum Zusammenbruch von mehr als 16.000 Banken führte. Was die konspirativen internationalen Bankiers dazu befähigte, nicht nur Konkurrenzbanken günstig zu kaufen, sondern ganze Unternehmen für einen Bruchteil ihres Wertes. Das war der größte Raub der amerikanischen Geschichte. Aber es hörte damit gar nicht auf. Anstatt die Geldmenge wieder zu erhöhen, was zu einer Erholung der Wirtschaft geführt hätte, verringerte die Fed die Geldmenge und löste damit die größte Rezession der Geschichte aus. Einmal mehr empört, brachte der Kongressaktgeordnete Louis McFadden, der ein langjähriger Kontrahent des Bankenkortells gewesen war, ein Misstrauensvotum gegen den Direktorenrat der Federal Reserve auf den Weg. Und er sagte über den Crash der Depression, Es war ein sorgfältig gestelltes Ereignis. Internationale Bankiers stellten einen Zustand der Hoffnungslosigkeit her, sodass sie sich zu den Herrschern über uns anentwickeln können. Es ist nicht überraschend, dass McFadden nach zwei bereits vorausgegangenen Mordversuchen während eines Banketts vergiftet wurde, bevor er das Misstrauensvotum weiter vorantreiben konnte. Jetzt, ohne weitere kritische Töne McFaddens, entschieden die Federal Reserve Banker, dass der Goldstandard abgeschafft werden sollte. Um das schaffen zu können, mussten sie an das im System verbliebene Gold kommen. Also wurde unter dem Vorwand, dabei zu helfen, die Depression zu beenden, 1933 eine Beschlagnahmung allen Goldes durchgeführt.